Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. In diesem Video geht es kurz und knapp zusammengefasst mal darum, wie chaotisch die Lage ist im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen richtigen oder falschen Maßnahmen. Ja, während Karl Lauterbach sagt, die Menschen können ohne Probleme in großer Zahl geimpft werden, sind andererseits viele Menschen besorgt, dass man nicht schnell genug impfen könne und dass ein Chaos droht, nachdem die STIKO ihre Empfehlung geändert hat und nun auf einen Schlag sehr viele Menschen zum Boostern empfohlen werden. Ziel ist es, bis zum Jahresende oder Anfang Januar 30 Millionen weitere Menschen zu impfen, zu boostern, nachdem wohl schon 20 Millionen geboostert sind. Da können wir in den nächsten 14 Tagen dann überprüfen, ob sich das Chaos eingestellt hat oder ob alles nach den Wünschen von Karl Lauterbach verlaufen ist. Ein weiteres Konfliktfeld tut sich innerhalb der Ampelkoalition auf. Nachdem die Stimmen nach einer Impfpflicht sich mehren und immer lauter werden, stellt sich die FDP quer und ist der Meinung, dass eine Impfpflicht nicht kommen sollte. Die anderen Parteien, also Rot und Grün, sind allerdings dafür. Möglicherweise könnte es auch hier heftige Auseinandersetzungen und Diskussionen geben. Wir sind gespannt, ob das eine Zerreißprobe für die Ampelkoalition wird, aber wir glauben, letztendlich wird man sich wohl zusammenraufen. Am heftigsten aber tobt derzeit wohl ein Streit zwischen Bund und Ländern. Ulla-Scholz-Kurs zur Pandemiebekämpfung wird von vielen Regierungschefs der Bundesländer kritisiert und abgelehnt. Am weitesten vorwagt sich hier Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der die Corona-Beschlüsse für zutiefst beunruhigend hält, also ein besorgter Ministerpräsident. Und hier sehen wir, dass er indirekt dem Herrn Scholz eine gewisse Unwissenheit vorwirft. Er sagt, dass die beschlossenen Maßnahmen der Scholz-Regierung für Laien wohl beruhigend sind, für Profi allerdings nicht ausreichend sind. Ja, wer ist hier der Laie? Wer ist hier der Profi? Das fragen wir uns ja in vielen Fällen bei Politikern, bei Experten, bei Journalisten, ja und bei vielen anderen eben auch. Leute, unterm Strich bleibt das, was immer bleibt. Lasst euch keine Angst machen, bleibt in eurer Mitte, bleibt gelassen, friedlich und freundlich. Freut euch auf Weihnachten, feiert schön mit euren Lieben und ja, macht es euch gemütlich. Wir glauben, es wird. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao und tschüss.